Hallo, hallo schön Leute, hier sind wir bei einer Folge Browser Games. Okay, hier werden wir mal ein Let's Play machen vom Hardest Game of the World, also das ist ein Spiel, das kann man auf Internet, das ist ein Flash Spiel, kann man spielen und Koda hat schon mal ein Let's Play darauf gemacht, so sehr kurz, er hat das in Unfair Plattform Games genannt, mit dem Unfair Mario, Unfair Plattform und Hardest, The World Hardest Game und da haben wir mal, hatte ich mal die Idee, so einer zu machen, nur vom Hardest, World Hardest Games, so, es wären dann immer drei, äh, drei Säle, kann ich schon sagen, drei Säle per Folge, ja, der World Hardest Game, dann fangen wir mal an, hey, okay, also, der World Hardest Game ist das erste, danach gab es auch den, äh, World Hardest Games, zwei, und dann der, äh, der World Coolest Game, so, erster, jetzt kommt der zweite, okay, okay, so, so, uns war es Когда Mais cinsen, kommst du mal an, hey,ươ, wie soll ich so früh sprechen? Aber is das okay, kommst du mal an? Oh und kommst du jetzt schon mal an, hey,ацион, nee,構st du, hörst du halt, bizi auch bald sonst ist的 und evangives mich einfach스테을, also wes ま A 4 nightmares,好像 Okay, vierter Seite. Es ist einfach zugreicht. Okay, ich hab gesagt, na dann eben, wir sehen pro Folge. Dann ist hier schon das Ende der ersten Folge. Und wir sehen uns gleich danach für die zweite Folge. Tschüss Leute!